So, willkommen zurück bei Zartkommarwind und in dieser Folge werde ich jetzt die stumme Pilgerreise machen zum Sanktusschein und sobald ich jetzt hier meine Schuhe der Stille abgeleistet habe, werde ich auf das Let's Play erstmal nicht mehr kommentieren bis ich diese Pilgerreise beendet habe. Also bis, also werdet ihr mich erst später wiederhören. Ab jetzt. So, wie geht es? Vielen Dank. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Müsste der nicht schon weniger Schaden machen? Oder vielleicht war das der verringerte Schaden? Hätte ich das nicht gehabt, wäre ich sofort gestorben oder... Ah, wo ist dein Uniform? Komm dann, sag mal etwas im Uniform! Und eine Quest von Azura. Achso, ja. Achso, was geht's dann? Okay. Also beides irgendwie Inseln oben hoch im Norden. Das ist ja sehr außerhalbkräftig. Ähm... Ja, ich brauch nur einen neuen magischen Gegenstand. Ich glaube, schon machst du hier ein Zeug. Das mache ich auch in so einem Amulet. In diesem Extrat oder ganz Saphir Amulet. Und zwar Damage-Attribute-Strong-Target. Und zwar Damage-Attribute-Strong-Target. Und zwar um 22. Ach, komm schon. Jetzt verarsch mich nicht. Ey, cool, kann ich noch mehr machen. 50-50. Cool. Amulet dem dem strength create so so zeig mal wieviele wirst ich jetzt abschießen kann ah, darauf kann ich niemals abschießen ungefähr ja, ein bisschen weniger flüchten dreimal ach ah, ich gucke heute jetzt viel ach so ok, ich muss mal was waterwalking ach ach das ist nichts das ist doch amulet of waterwalking wieso tot ist denn da nicht ne Liste auf komisch da oben auf der Insel auf dieser kleinen Insel sterbt sterbt ihr scheiß Cliff Mistviecher oh 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 ich merke grad ich hab meinen Invincible ring nicht mehr an der hat mir echt gute Dienste geleistet das ist die 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 Und das ist schwierig Autsch Zieht die durch die Insel? Ich glaube nicht Ah ich glaube Ah genau, ich glaube hier kriegt man diese Gabel für Sheikorath und da ist glaube ich der Bullnitsch Und wo war er mit Azoraz? Tussi da? Alle auf diese Insel Ich glaube das war auf diese Insel Ja, da sind ganz viele Data Hier ist Azores Quest Da muss ich nur die Hauptgoldener Heilige killen, die da wo der Hütte steht Den Ring mitnehmen und dann war es das schon, da kann ich nichts ordnen Flamendor Robe und Fire Death Ich muss vorschlagen Komm ihr alter Fire Death Äh Aber ich will auch meinen Inwins überwinken Startup Das ist Okay Ähm Ich brauche Lebenspunkte Heilung Oh ne, schon wieder so ein Vieh Ach, ich kriege einen Moment Ich habe fast vergessen Ja, muss den jetzt mal weg Ich brauche ja noch den Dentist Mastering Mastering So jetzt durfte ich Okay Flamendor Robe Fair Death Okay, ist das Ding leer? Selbst Problem Ähm Ähm Ja Das mache ich Ja, genau Ist weg Ich trenne einfach ins Wasser Hehehe Komm her Komm her Komm her Okay Starla Autsch Ich glaube die hat ein Lähmungsdeutsch dabei Ist mich auch scheiße Boah Boah Du viel da oben nervst mich ey Nein Ein Lähmungsdeutsch Bin so tot Ach, das erneuert sich ja immer wieder im Moment Ich habe doch noch einen Cure Purification oder? Ja Weg hier Oh Gott Oh Gott So eine Lähmungsdeutsch jetzt gibt es das nicht Ah, ich habe doch noch meinen Moment Ich habe doch meinen Moment Moment Wie kann man das legen? Ich habe doch meinen neuen Ring eben erstellt Lähm ich die einfach damit, dass ich sie nicht mehr bewegen kann Dann kann ich mir nur überlegen, wie ich sie plan mache Wobei es kann natürlich auch reflektet werden Wobei es kann natürlich auch reflektet werden Wobei es kann natürlich auch reflektet werden Ich werde natürlich viel suchen Da Ach so ein Amulett Scheiße, das ist wirklich schwimmig Ok Kacke Ah, es ist halt natürlich nicht ausgerüstet Das habe ich jetzt gerade gecastet, keine Ahnung Alles funktioniert mit dem Wasser nicht Ich brauche heute Wocky Jetzt werde ich schon einen Krami killen Du scheiß Mistvieh Du wirst auch dran glauben So Wo ist sie? Dein Mist Komm her Komm her Mach dich platt Mit deiner scheiß Paralyse Ja komm Ha Ein Schoß hat gereicht, wa? Hehehe So Wie mache ich sie jetzt platt? Mit Pfeilen Oh Gott Oh Gott, ich habe da noch Manche Gegenstände, die mir Eingriffswert erhöhen Und ich habe einen Trank, den mir Glück erhöht Genau das hier Für Eingriffswert Zack Und den Septimring Genau Kurz warten Komm schon So Und ich habe noch einen Glückstrank Da Da Watt Scheiße Scheiße So Machen wir es so Und wir haben noch diesen Ring von Cheo Gohra dabei Und ein Glas Ging Plate Ist auch sehr praktisch Das hört sich auch mal mit Das Schild brauche ich nicht Sehr nice So So Hätten wir das schon mal nicht Ähm Die richtigen Sachen hier ausrissen Was alles Twyvler Belt Waterwalking Was hat noch? Ah, den Jumping, genau Jumping, richtig Fünf Punkte ist zu wenig Fünf Punkte ist zu wenig Ein Punkt ist auch zu wenig Neun Punkte lasse ich Das sind jetzt schon wieder Oh, natürlich wird die vier schon Warte mal Warte doch mal Ich sag mir mal ein paar Seelen Damit ich meine Sachen Im Befall Aufladen kann Oh, Cliffwrestor kommen also in Patties Okay Sie haben keine Seele Sie haben keine Seele So Weiter geht's Ich muss immer noch die Quest von Cheo Gohra machen Und ich will diesen Helm hin holen Davon ist eine Statue, oder? Ne Seht so aus Seht so aus Ich habe trappet den Seelen Ja, ich will das nicht Ja, ich will das nicht Ja, ich will das nicht Jawohl Komm her Das Blatt Okay, jetzt werden glaube ich Ah, ich hatte noch einen Okay Ich siehst, es werden wahrscheinlich die Lesserdinger hier gefüllt Aber jetzt sank das schon ein Ach, das ist ein Schissrack Jetzt gucke ich mir an Und irgendein Gebäude Und ein Detraschreiben He Köhöhm 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 Ah Köhöhm Köhöhm Das war voll verschlchluckt Ah, bei noch Tee Hoi Stück Ah mit Tee Hoi Stipp Köhöhm 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 Ja Köhöhm Köhöhm Krass, wie viele Viecher, ne? Ach, ich hab Waterwalking noch an. Könnte natürlich nicht schwimmen. Oh. Nehmen wir automatisch mit. Gegner. Kämpfen. Kissen. Oh ja. Super. Oh. Block Level 40. Da muss ja was interessantes drum sein dann. Invoice. Ah ja. Das war die alte, bei der ich die Rappen gekillt habe für die erste Mission für eine Feindkämpfergilde. Für die ich die Rappen töten muss. Ähm. Oh, Sujama. Scheiße, das ist schwer. Ja. Trotzdem. What? What? Ich komm hier kommen bewegen jetzt. Was? Was hab ich hier mitgenommen? Ich hab zwölf mal Matze mitgenommen, die wiegen vor viel. So, und jetzt schon mal kommen. Halt mal. Wieso wiegt Matze so viel? Eine Matze wiegt 5 Kilo. Ja. Alles klar. Ähm. Mit dir wirst du mir noch. Ach, scheiße. Schlimmer Amulett. Mein Hyper Amulett. Und. Ähm. Schlimmer Amulett. So. zwei. Zitulär. Tägig. Das ist das. Zeug. Zitat. Schlimmer Amulett. Flüssig. Das ist ja. Okay, so Tablet Clock, ähm, genau, da ist Fog of Horrelpillation, Drain Magicka, Constant Effect, okay, interessant. So I'm looking to Magicka Drain, Constant Effect. So, und das Vieh ist jetzt auf dieser kleinen Insel in Richtung Osten. Ich muss an meinen Steckel-Ausdaukambulid aufladen. Aber reicht noch nicht, ne. Hier ist er noch, okay. Lalalalalala, ist er das schon? Das ist wohl jemand, der mich sofort eingreift. Wenn der mich nicht eingreift, ist das nicht. Ne, das sehe ich nicht. Glaube ich. Der ist es, glaube ich. Ach, ist ein Cliff Racer. Ich dachte schon. Ja, komm her. Komm her, Bobby. So, ich glaube der da hinten ist es. Zwischen den ganzen Viechern. Nee, das ist wohl gar nicht. Oh. Jetzt rastet die Maus wieder aus. Komm her. Komm her. Komm her. Ja, komm. Nicht. Wo ist er denn? Ist jetzt der da? Der da? Ist du es? Ah, da bist er. Schon nie. Aber am Ende von denen ist es. Du bist es, ne? Ne. Der ist es eigentlich. Ähm. Einer von den drei muss sein. Der da. Ja, das ist er. Ja, das ist er. Giant Bullnatch. Das ist er. So, ich muss nur den, also wenn ich den umbringe, wenn der in der Sterbeanimation ist, muss ich ganz schnell die Gabel ausrüsten, weil ich den damit umbringen muss. Ähm. Okay, noch einen. Schnell die Gabel ausrüsten. Jaaa. Sehr schön. Ich bin mit der Gabel besiegt. Sehr nice. Okay. Ist eigentlich eine gute Stelle, um mal wieder ein Ende zu machen. Äh. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.